Ja hallo liebe Gamerook, Freunde, liebe Abonnenten des Kanals, heute mit einem ganz besonderen Verkaufsvideo, wie ihr wisst, löse ich ja meine Filme und Spielesammlungen größtenteils auf, weil ich Platz brauche. Und ich habe hier noch ein paar Schmuckstücke, die ich weiter veräußere. Und zwar habe ich alle drei Teile von der Rambo Trilogie Uncut im Steelbook, und zwar in einem speziellen Steelbook von Studio Kanal. Hier, Rambo 2. Auftrag, absoluter Klassiker, 18. Version. So, und jetzt wird es richtig toll, nämlich, das Ganze ist 4K abgetastet und aufwendig restauriert, und das Bonusmaterial hat es in sich, ja, und das ist der absolute Hammer. Bonusmaterial, ich lese es mal vor. Übrigens, jeder Teil hat diesen Bonus drin, ne? Das ist also wirklich, ich muss sagen, von der ganzen Trilogie, äh, oder Trilogien, die es da gibt, ist das wirklich, wenn man da alle drei Filme hat im Steelbook, ist das die vollständige Sammlung, die man haben kann als Filmfan von Rambo. Ich lese es mal vor. Bonusmaterial. Neue Feature. Rambo und die 80er, Teil 2. Teil 1 ist ja auf dem ersten Teil draufhinter. Also, Autokommentar mit George P. Cosmatos. Über die Restauration, Features, wir werden dieses Spiel gewinnen. Action im Dschungel. Shaw Baker, der größte Fan. Der letzte amerikanische Kriegsgefangene. How to become Rambo, Teil 2. Das ist das Trainingsvideo vom Stallone zu Rambo. Also, das müsst ihr euch mal angesehen haben. Allein schon, wegen diesem Bonus ist das Ding, äh, für mich, äh, ja, ein Sammlerstück. Interviews mit Silvester Stallone und Richard Grainer. Hinter den Kulissen. Originaltrailer und Original-TV-Spots. Also, das Ding ist voll mit Bonus, ja? Ähm, Ancut. Und dann noch im Comic-Stil-Book. Das ist, ja, müssen wir nicht drüber streiten. Das bräuchte ich vom Böschter. Also, wer Rambo haben will, der holt sich die drei Stil-Books hier. Bloß, da müsst ihr schnell sein. Das Ding hat einen Haufen Sichtungen auf filmundo.de. Ich werde es euch verlinkern, was kräftig erwerben könnt. Ähm, bitte, äh, abonniert meinen Kanal. Drückt die Glocke im Menüfeld. Lasst ein Like da. Und ihr könnt auch gerne einen Kommentar reinschreiben. Das Ganze hilft mir, den Algorithmus von YouTube hochzutreiben. Somit, äh, bekommen meine Videos mehr Sichtungen. Und, ähm, ja, es sind auch die Leute, die dann natürlich, äh, für die das bestimmt ist. Weil jetzt sitzt nicht jeder, dass ich das Ganze verkaufe. Außer, wie gesagt, ihr macht, ihr tut den Kanal abonnierer. Drückt die Glocke, ähm, Daumen nach oben. Ähm, ein Like da lassen und einen Kommentar reinschreiben. Ähm, dann sehe ich auch, ihr habt es gesehen, euch hat es gefallen. Ihr könnt auch Kritik reinschreiben in die Kommentare, wie ihr wollt, gar kein Thema. Ähm, mich würde es sehr freuen, ähm, damit ich weiterhin auch Videos machen kann. Ähm, hier kommt schon das Nächste. Ähm, ja. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch. Ihr seid die Besten. Ich war der Gamerook. Macht's gut. Macht's gut. Macht's gut. Macht's gut. Macht's gut. Macht's gut. Vielen Dank.